Hier ist NDR Sachsen-Anhalt heute mit Anja Petzold. Ihnen einen schönen 1. Mai-Abend und herzlich willkommen. Ein wunderbarer freier Tag, den viele ganz unterschiedlich genossen haben. Rot sind die Sonnenschirme auch hier, aber hier wird der 1. Mai ein bisschen anders begangen. Im wiedereröffneten Biergarten Mückenwirt in Magdeburg. Darf ich mal hier in die Runde fragen, was bedeutet Ihnen denn der 1. Mai? Ja, der 1. Mai ist wie jedes Jahr klasse. Klassenkampf natürlich. Und wir machen mit. Aber eher so Bier, Tulpe statt Roter Nelk? Ja, natürlich auch. Getrunken wird überall. Ja, also der 1. Mai, ich würde sagen, das ist der Tag für die Arbeiter. Wir haben alle mal frei, können uns alle mal schön amüsieren. Zumal das Wetter einigermaßen mitspielt. Und so schmecken Bier und Bratwurst besonders gut. Ob nun Kleingarten, Mai-Kundgebung oder Biergarten, jeder genießt den Tag auf seine Weise. Wir Maler. Nichts. Untertitelung des ZDF, 2020